Hallo, wir haben etwas echt cooles neues für dich und zwar die Lebenssituation sehr vieler Menschen in der jetzigen Phase ist, basierend auf dieser Unsicherheit, dieser Irritation, teilweise Furcht, wie wenn sie in einen sehr schweren Sturm gekommen sind. Und wir haben eine evangelistische Broschüre geschrieben, die genau diesen Titel trägt, Im Sturm. Es ist einfach basierend auf dem, dass wir wahrnehmen, wie Menschen jetzt weltweit durch diesen Sturm bedroht sind, dass sie das empfinden, diese Bedrängnis, diese Herausforderung, dieses Ausgeliefertsein an Mächte und Gewalten. Und wir wollen von Gottes Haus aus in diesem Thema eine Hilfestellung geben. Und dazu haben wir diese Broschüre entwickelt, haben sie zusammengestellt, damit wir Hilfestellung geben können. 36 Seiten geballte evangelistische Botschaft. Es fängt an mit einer Story, wo jemand tatsächlich auf hoher See in schwerste Seenot und akute Lebensgefahr gerät. Und dann ist die Frage, gibt es die Möglichkeit zur Rettung? Das ist das Lebensgefühl, was tatsächlich viele, viele Menschen haben. Und wo wir auch wissen, dass wir in den kommenden Monaten genau in diese noch schärfer werdende Zeit hineinkommen werden. Und wir wollen Menschen zur Hilfe werden. Ja, und wir halten es für ein wirklich gutes Werkzeug einfach für deine persönliche Evangelisation. Es hat vorne die Möglichkeit, den Namen einzuschreiben, also einfach von der Person, die es überreicht, oder Hauskreis oder was auch immer. Und dann innen drin hast du ein Übergabegebet für die Menschen, die zum ersten Mal ihr Leben Jesus geben wollen. Und auch ein, ich sag mal, Erneuerungsgebet für Leute, die das schon mal gemacht haben, aber wo das irgendwie ja unter die Füße gekommen ist und die einen Neuanfang mit Jesus machen wollen. Dazu gibt es noch so eine Entscheidungskarte, damit die Leute das einfach für sich persönlich festmachen können. Es sind noch ein paar prophetische Impulse drin. So, wir denken, dass es etwas ist, was wirklich rund ist um Menschen, die in solchen bedrängenden Lebenssituationen sind. Die merken, wie ihnen der Boden weggezogen wird, wie sie in Erschütterung sind, was genau ihre Situation aufgreift und was tatsächlich ein cooles evangelistisches Werkzeug ist. Anfang des Jahres hatten wir ja diesen prophetischen Eindruck, dass wir eine Arche bauen sollen. Und dafür ist das genau ein gutes Handwerkszeug. Du kannst diese Broschüre kostenlos über die Webseite von Gottes Haus bestellen. Du kannst mehrere davon bestellen, auch für deinen Hauskreis, für Leute, die im Gespräch sind mit anderen, um ihnen den Weg zum Glauben zu zeigen. Ja, einfach kostenlos auf der Webseite für deine persönliche Evangelisation. Wir freuen uns, wenn das unter das Volk kommt, im Sturm ein evangelistisches Werkzeug für eine Zeit wie diese. Schwung du Kommuniker Dann bis schon ein er יש biggestes Hauskreis zu haben. Danke sehr! Untertitelung des ZDF, 2020